Hallo, liebe Deutschlerner! Ich liebe es zu lesen und ich liebe es vor allem Sachbücher zu lesen, weil ich aus diesen Büchern immer sehr viele interessante Erkenntnisse hole. Ich lerne sehr viel aus Sachbüchern und mich würde interessieren, was ein Sachbuch ist, das dich in letzter Zeit inspiriert hat. Welches Sachbuch hat dich am meisten inspiriert? Für mich war das in letzter Zeit die Bücher wie man ein Buch liest, so heißt das Buch, wie man ein Buch liest und momentan lese ich Think and Grow Rich, also Denke und Werder Reich von Napoleon Hill. Und das finde ich auch sehr inspirierend, dieses Buch. Und das sind so die beiden Bücher, die mich in letzter Zeit sehr inspiriert haben. Und mich würde auch sehr interessieren, welche Bücher dich in letzter Zeit inspiriert haben. Also Bücher, in denen es nicht darum geht, dass es eine Geschichte, in denen es nicht darum geht, dass ein Protagonist in einer Geschichte etwas tut, sondern Bücher, wo wirklich jemand, ein Autor sich wirklich hingesetzt hat und sich gefragt hat, wie kann ich das, was ich weiß, wie kann ich mein Wissen einem anderen Menschen vermitteln? Und aus so einem Buch kann man sehr viel lernen, denke ich. Aus Romanen und aus Geschichten kann man auch sehr viel lernen. Das denke ich auch. Genau. Und deswegen würde ich mich total interessieren, mich würde es total interessieren, was euer Lieblingssachbuch ist. Wenn euch Lieblingsromane einfallen, dann teilt die natürlich auch mit der Gemeinschaft. Aber ja, ich denke, aus Büchern kann man sehr, sehr viel lernen. Okay, ich bin gespannt, welche Bücher euch so inspiriert haben und bis morgen. Tschüss!